Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video richten wir DPD als Logistiker in JTL-Wawi ein. Damit können wir bequem über die JTL-Shipping-Schnittstelle die Adressdaten direkt an DPD übergeben und drucken so unsere Versandetiketten ohne Verzögerung im Versandprozess. Außerdem werden automatisch die Tracking-IDs in JTL-Wawi eingetragen und an die entsprechenden Verkaufsplattformen wie eBay und Amazon übertragen. Die Einrichtung erfolgt in drei Schritten. Als erstes werden wir unser DPD-Konto direkt in JTL-Wawi eintragen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um die DPD Cloud Web Services Zugangsdaten handelt. Diese beantragen Sie in Ihrem zuständigen DPD-Depot. Als eLogs-Kunde können Sie sich ebenfalls für diesen Service freischalten lassen. Danach werden wir eine Versandart mit dem Account verknüpfen, so dass immer wenn mit dieser Versandart in JTL-Wawi ausgeliefert wird, alle Versanddaten mit DPD kommuniziert werden. Zum Schluss werden wir uns noch die Druckereinstellungen anschauen. Wir beginnen die Einrichtung unter Versand JTL-Shipping. Es öffnet sich eine Übersicht der eingerichteten Logistiker. Standardmäßig liefern wir schon einige Testaccounts mit aus. Falls Sie mal Druckeinstellungen testen möchten, können Sie jederzeit einen unserer Testaccounts benutzen. Wir richten jetzt aber unseren produktiven DPD-Account ein. Dafür klicken wir auf Konto hinzufügen. Dann vergeben wir zunächst einen Namen. Als nächstes wählen wir im Dropdown die Versandschnittstelle, mit der wir arbeiten. In unserem Fall also DPD Cloud Service. Dann tragen wir die Cloud User ID sowie den User Token in die entsprechenden Felder. Sie erhalten diese Daten online in Ihrem myDPD Business Account. Dann müssen wir bei DPD auswählen, für welche Funktion genau wir das Konto verwenden. Wir möchten Versandetiketten erzeugen und die Tracking IDs erhalten. Dafür wählen wir im Dropdown Versandetikett. Dann klicken wir auf Speichern und damit ist die Einrichtung des DPD-Kontos abgeschlossen. Als nächstes verknüpfen wir das DPD-Konto mit einer Versandart von JTL-Wawi. Dafür wechseln wir zu Versand, Versandarten. Hier können wir nun entweder eine bestehende Versandart bearbeiten oder eine neue hinzufügen. Wir wählen die schon vorhandene Versandart DPD aus. Jetzt machen wir die Verknüpfung mit DPD. Dafür öffnen wir das Dropdown bei Versanddaten-Export und wählen Export mithilfe von JTL-Shipping. Dann wählen wir aus dem Dropdown darunter Export mit DPD-Cloud-Service. Jetzt steht uns der Button Export mit DPD-Cloud-Service zur Verfügung, auf den wir klicken. Nun öffnet sich das Fenster zur Verknüpfung von DPD an diese Versandart. Als erstes wählen wir das DPD-Benutzerkonto aus, das wir benutzen möchten. Dafür wählen wir im Dropdown das DPD-Konto aus, das wir ganz am Anfang eingerichtet haben. Falls Sie Expresslieferungen nutzen möchten, können Sie das in diesem Dropdown entsprechend auswählen. Uns stehen bei DPD zwei Referenzen zur Verfügung. Was wir hier eintragen, wird auf dem Versandetikett mit ausgegeben. Wir empfehlen, die Auftragsnummer immer mit anzugeben. Dafür klicken wir auf die drei Punkte neben dem Feld Referenz 1, um den Template Editor zu öffnen. Hier suchen wir uns dann die Variable für die Auftragsnummer und mit einem Klick auf Speichern schließen wir den Template Editor. Jetzt wird auf dem Versandetikett immer die Auftragsnummer mit angegeben. Unter Nachnamereferenz können wir eintragen, was bei der Zahlungsart per Nachname als Überweisungszweck von DPD an uns übergeben werden soll. Wir möchten hier auch die Auftragsnummer verwenden. Dafür öffnen wir wieder den Template Editor und wählen wieder die Variable für die Auftragsnummer. Mit dieser Checkbox können Sie DPD Classic Predict aktivieren. Im Dropdown darunter bestimmen Sie dann, auf welche Weise der Kunde über die Ankunft seiner Lieferung informiert werden soll. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei DPD. Mit dieser Checkbox kürzen wir zu lange Adressen. Wir können nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen pro Adresse an DPD übergeben und mit dieser Option vermeiden wir Fehler bei dieser Übergabe. Mit der nächsten Checkbox verhindern wir die Übergabe von datenschutzsensitiven Kundendaten an DPD. Bei Label Größe können wir zwischen DIN A4 und DIN A6 wählen. Unter Nachname Betragsverteilung können wir wählen, ob bei einer Zahlung per Nachnahme und einer Aufteilung der Lieferung auf mehrere Pakete der Gesamtbetrag beim ersten Paket fällig werden soll oder ob bei jedem Paket eine Teilzahlung fällig wird. Unter Gewicht können wir entweder mit festem Wert immer das gleiche Gewicht an DPD übergeben oder wir lassen das Gewicht jedes Pakets von JTL-Wawi ausrechnen. Damit das funktioniert, müssen natürlich für alle Artikel das Gewicht eingepflegt werden. Dann speichern wir unsere Einstellungen mit einem Klick auf OK und schließen die Übersicht der Versandarten. Nun haben wir die Versandart DPD via JTL Shipping mit dem DPD Cloud Web Service verbunden und immer wenn wir mit dieser Versandart ausliefern, werden alle relevanten Daten zwischen JTL-Wawi und DPD kommuniziert. Als Letztes richten wir noch den Drucker ein. Das machen wir unter Start Drucker. In der jetzt geöffneten Druckerverwaltung wechseln wir in den Reiter JTL Shipping. In der Liste markieren wir Export mit DPD Cloud Service und im Dropdown wählen wir dann den Drucker, mit dem wir die Versandetiketten ausdrucken möchten. Wir stellen außerdem sicher, dass unter Skalierung keine ausgewählt ist. Bitte beachten Sie, dass andere Einstellungen bezüglich des Drucks, also Papierformat, nicht bedruckbarer Rand sowie die Grauabstufungen ausschließlich über den Druckertreiber und nicht via JTL Software gesteuert werden. Dann klicken wir auf Übernehmen, um unsere Einstellungen zu speichern. Mit einem Klick auf OK schließen wir dann die Druckereinstellungen. Mit der Einrichtung sind wir jetzt fertig. Damit die Schnittstelle aber korrekt genutzt wird, müssen beim Versandprozess ein paar Dinge beachtet werden. Wenn wir mit der verknüpften Versandart ausliefern, lassen wir uns die erweiterten Optionen anzeigen. Nähere Informationen zum Auslieferungsprozess erhalten Sie in unserer Online-Dokumentation und in einem anderen Video. In den erweiterten Optionen wechseln wir in den Reiter Versand. Hier stellen wir sicher, dass die Checkbox bei Versanddaten exportieren gesetzt ist. Außerdem darf die Checkbox bei Versanddatum für alle Pakete setzen nicht aktiv sein. Wir wollen das Datum vom Logistiker über die Schnittstelle eintragen lassen und nicht selber setzen. Die Etikettenausgabe muss auf Nein stehen. Wir möchten zwar ein Versandlabel drucken, aber das Label soll nicht von der JTL-Wawi Vorlagenverwaltung, sondern über die Schnittstelle abgeholt werden. Nur wenn diese drei Einstellungen wie hier abgebildet gesetzt sind, werden die Versanddaten mit dem Logistiker abgeglichen und die Versandlabel gedruckt. Damit ist die Einrichtung vom DPD Cloud Service an JTL Shipping abgeschlossen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nähere Informationen zum Auslieferungsprozess finden Sie in anderen Videos und in unserer Online-Dokumentation. zenessence numbers und inf 02 00